Nach 1. und 2. Bundesliga gibt es auch noch eine 3. Nationale Liga, zu der meine Reaktion auf die Prognose kommt, die ich vor der Saison gemacht habe, welches Team auf welchem Platz landen wird. Die Rede ist natürlich von der 3. Liga und da bin ich mal echt gespannt, weil ich habe da gar nicht mal mehr so viel auf dem Schirm, was ich da so getippt habe. Da ist natürlich großes Floppotenzial aufgrund der Überraschungsaufsteiger aus Ulm und Münster, aber schauen wir einfach mal rein. Auf Platz 20 habe ich die Spielvereinigung Unterhaching. Unterhaching, wo sind die gelandet? Auf 9. Also das ist direkt mal ein richtig schlechter Call. Aber ganz ehrlich, das war doch schwer vorherzusehen. Die waren Aufsteiger, der Kader war jetzt nicht der allerbeste. Dass sie dann so eine souveräne Saison spielen, wirklich stark, aber das war für mich echt nicht abzusehen und ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Drittliga-Regionalliga-Experte. Also ich starte katastrophal rein mit 11 Punkten Unterschied. Wir haben die Regionalliga Bayern dominiert und die Ausstiegsplayoffs dann souverän gegen Cottbus gewonnen. Allerdings halt eben noch mit Sandro Wagner als Trainer, der nun zum DFB abgewandert ist. Neuer Trainer hingegen ist der 34-jährige Mike Unterberger, der zuvor sämtliche Jugendmannschaften im Verein trainiert hat. Aber auch im Kader gab es Bewegung mit den Abgängen von den Stammspielern Pisso, Elich und Ansbach. Dem gegenüber steht mit Schifferl nur ein Neuzugang per Laie, der aber gleichzeitig sehr gut ist mit einigen Erstligaspielen in Österreich letzte Saison. Dennoch glaube ich einfach, dass die Kaderqualität bei Unterhaching nicht ausreichen wird, um in der 3. Liga mithalten zu können, weshalb sie laut meiner Prognose als Letzter wieder absteigen wird. Sie hat gereicht. Sie konnten mithalten und das auch auf einem echt guten Niveau. Kommen wir zu Platz 19 und da muss ich vorneweg schon mal sagen, es wird ja Überraschungen geben, aber die wird es auch in der Realität Zwangsläufe geben. Ich ahne da glaube ich echt einen guten Call. Währenddessen fällt mir hier auf, dass ich die Abstiegsplätze falsch markiert habe. Normal sind das ja hier vier Abstiegsplätze. Das habe ich hier irgendwie komplett falsch markiert. Auf jeden Fall 17 und 18 sind genauso direkte Absteiger wie 19 und 20. ... Abstieg angeht, denn es gibt eigentlich keine wirklichen Abstiegskandidaten, außer vielleicht zwei, die ich eben auch als Absteiger habe. Auf Platz 19 hingegen ist eben genauso eine Überraschung und zwar habe ich da den MSV Duisburg. Jawohl und das, ja ich weiß nicht, war es wirklich so eine krasse Überraschung? Meines Erachtens nach vor der Saison schon und sie sind letztendlich 18er geworden, waren die ganze Zeit wirklich tief im Abstiegskampf. Deshalb ein sehr guter Call nach dem sehr schwachen Call zu Beginn. ... haben in der letzten Rückrunde schon nachgelassen und jetzt auch auf dem Transfermarkt nicht die beste Figur abgegeben, denn mit Stoppelkamp, Quadwo, Hedwa, Frey und Ayani hat man viele wichtige Spieler und Stützen im Team verloren, während man sich nur offensiv mit Bledl und Köpke verstärken konnte. Sie waren ja die... Und später dann noch mit Ginczek. ... die letzten drei Saisons ohnehin nur im unteren Mittelfeld, weshalb ich sie nun tatsächlich als Absteiger tippe. Ja und sie sind abgestiegen, daher wirklich ein guter Tipp, ein Platzunterschied. Auf Platz 18 kommt dann bei mir, wie vorhin schon gesagt, keine allzu große Überraschung und zwar ist das auch ein Aufsteiger mit dem VfB Lübeck. Jawohl, auch eine gute Prognose wurden 19er, ja Duisburg und Lübeck jetzt vertauscht, aber die Richtung hat auf jeden Fall gestimmt. ... wurden Meister in der Regionalliga Nord, haben einen jungen Trainer mit Lukas Pfeiffer, der 32 ist und schon ordentlich Erfolg mit ihnen hatte. Sie haben keine wichtigen Spieler abgegeben und den Kader dafür mit einigen auf Profiniveau erfahrenen und aber auch jungen aufstrebenden Spielern ablösefrei ergänzt, beispielsweise halt eben mit Hanno Behrens und Tafferzofer oder Robin Velasco und Akono. Trotz dessen glaube ich, dass es für sie extrem eng wird und sie am Ende leider wieder absteigen werden. Ja, richtig analysiert. Auf Platz 17, der ja auch noch den Abstieg bedeuten würde, ist die größte Überraschung noch größer wie Duisburg in meiner Prognose, denn da habe ich eine Mannschaft, die nicht... Ich ahne echt gut, dass ich glaube, da kommt Mannheim. ... nur eigentlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben sollte, sondern sogar von manchen als Aufstiegskandidat angesehen wird. Und zwar habe ich da tatsächlich Waldhof Mannheim. Ja Mann, das ist so ein guter Call. Das hat niemand so erwartet. Ich glaube, in den Kommentaren haben sich auch ein paar darüber aufgeregt, wie man das überhaupt tippen kann. Letztendlich wurden sie 16er, waren tief im Abstiegskampf drin. Also da muss ich mir mal selber auf die Schulter klopfen. Das war wirklich eine gewagte These, aber sie ist eingetroffen. Erstmal krass an, nach vier Top-10-Platzierungen in den letzten vier Saisons in der Liga. Aber zum einen halte ich nicht allzu viel von Rüdiger Rehm als Trainer, hat er bisher auch fast nur für Knopf mit viel Geld zur Verfügung erfolgreich trainiert. Zum anderen wurden Spieler wie Husso, Rossipal und vor allem Martinovic, von dem man sehr abhängig war, abgegeben. Und auch die Erfahrung von Schnatterer und Höger wird im Kader fehlen, was man ebenfalls wie die verlorene Kaderqualität nicht ersetzt. Und Niklas Wilson Sommer, Kappa, nur Spaß natürlich. ...setzen konnte bis jetzt mit Neuzugängen wie Abifade oder Mabella auf. Also Mannheim, sehr gut. Platz 16 ist bei mir Rot-Weiß Essen. Sie haben eine schwache Rückrunde nach... Essen! Das war dann wiederum ein sehr schlechter Take. Haben um den Aufstieg gespielt wurden, am Ende siebter. Also neun Plätze Unterschied. Also es gibt hier bis jetzt entweder extrem schwache Calls oder extrem gute. ...nach solider Hinrunde gespielt und ich rechne nächste Saison fast schon mit einer Entlassung von Dabrowski. Drei wichtige Spieler... Oh ne! ...hat man verloren mit Herzenbruch, Engelmann und Tarnat, die man mit Obos, Sabina, Top-Talent Wonic und der Festverpflichtung von Götze ziemlich gleichwertig ersetzt und damit vor allem den Kader verjüngt hat. Dennoch, wie gesagt, sehe ich es problematisch mit dem Trainer. Aber ich denke, am Ende können sie auf jeden Fall wieder die Klasse halten, auch wenn es vielleicht knapp werden könnte. Oh, was habe ich gegen Dabrowski, Mann? Ich habe den ja richtig gehatet, aber gut, er hat mich eines Besseren belehrt. Essen war vorne mit dabei. Habe ich ehrlich gesagt kein Problem damit, außer dass meine Prognose damit so ein bisschen zerstört wurde. Der dritte von vier Aussteigern ist bei mir auf Platz 15 und zwar der SSV Ulm. Oh Mann, aber das ist jetzt so ein Zwiespalt, ob ich mich da ärgere, dass ich sie so tief habe oder mich freue, dass ich sie nicht noch tiefer habe. Aber erst mal reinhören. Und zwar den geringsten Kadermarktwert der Liga, allerdings ist das Niveau der Regionalliga Südwest, wo sie Meister wurden, einfach deutlich höher wie das der anderen Regionalligen, was man vor allem an den letzten Aussteigern von dort sieht. Elversberg ist letztes Jahr direkt Meister geworden, davor Freiburg 2, wurden erst Elfter und Zweiter in der zweiten Saison. Davor waren Mannheim und Saarbrücken, die eben auch direkt in den Top 10 gefinisht haben und danach auch um den Aufstieg gespielt haben. Ulm sehe ich jetzt nicht ganz so hoch an, da dafür vielleicht die Infrastruktur fehlt und sie die Liga trotz Meisterschaft nicht komplett dominiert haben. Kader-Technisch hat man mit Schmitz eben auch nur einen Stammspieler verloren und den Kader ansonsten gut verstärkt, ohne viel Geld auszugeben, mit Jastremski, Leos Jensa, Risch, Hiegel und weiteren für die Zukunft vielversprechenden Spielern. Ja, Leos Jensa, bester Drittligaspieler und ansonsten habe ich es eigentlich perfekt gesagt, dass die Aufsteiger aus der Regionalliga Südwest deutlich besser sind wie die anderen Aufsteiger. Aber ich habe mich nicht getraut, es dann auch bei Ulm anzuwenden. Das dicke 14-Plätze-Unterschied zur Realität, da sie halt einfach Meister wurden, die 3. Liga dominiert haben, zwar nicht unbedingt spielerisch. Ich habe ja auch eine Taktikanalyse zu ihnen gemacht, wie sie so spielen und wie sie die 3. Liga gewonnen haben. Schaut auch gerne mal noch vorbei, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ja, da habe ich sie halt leider einfach unterschätzt, wobei es auch noch einige gab, die sie tatsächlich noch tiefer getippt haben und meinten, die steigen wieder ab. Das habe ich so nicht gesehen, also zumindest im Ansatz habe ich sie schon ein bisschen geschätzt, aber halt viel zu niedrig. Auf Platz 14 sehe ich nach soliden Saisons den SC Ferl dieses Jahr tiefer. Ferl wurde 12. also ein solider Call. Ja, und das hatte man nicht. Man war ja nach der Hinrunde glaube ich noch viel weiter oben mit dabei. Die Rückrunde war nicht mehr ganz so gut, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Aber am Ende habe ich es glaube ich ganz gut getroffen. Auf Platz 13 sehe ich dann Erzgebirge Aue. Letzte Saison hat man... Aue, die wurden 6. Naja. ...eine schwache Hinrunde gespielt. In der Rückrunde hat man sich dann stabilisiert mit Neutrainer Docev, beziehungsweise gleichzeitig auch dem alten Trainer. Aber ich glaube ihr wisst, was ich meine. Jonjic, Nazarov und Schreck sind extrem schmerzhafte Abgänge und auch Hut und Tafershofer sind weg. Geholt hat man mit Bär und Pepic zwei solide Drittligaspieler und mit Vukancic und Schwerten zwei junge Talente. Insgesamt wird es kein Abstiegskampf, aber viel mehr halt auch nicht. Ja, ein bisschen mehr schon, aber ganz viel mehr auch nicht. Stimmt schon. Am Ende siebenletzte Unterschied habe ich ein bisschen zu niedrig eingeschätzt. Auf Platz 12 sehe ich dann Halle. Letztes Jahr wurde man zwar 16. Aber Halle wurde 17. Wieso habe ich die auf 12? Ich glaube ich erinnere mich noch an die vergangene Saison. Da hatte ich sie als Absteiger getippt. Habe da ein bisschen Hate bekommen, wie ich die als Absteiger tippen kann. Die sind ja so lange in der Liga. Dann sind sie dring geblieben. Jetzt tippe ich sie mal auf Platz 12, also sogar ziemlich sicher im Mittelfeld. Und dann steigen sie tatsächlich mal ab. Aber seit Ristic im Amt ist, ging es eigentlich stetig bergauf. Kann er seinen Punkteschnitt halten? Könnte man einen einstelligen Tabellenplatz erreichen? Was ich aber dennoch nicht glaube. Man hat nämlich Redemann, Stetschik und Simmerschied verloren und mit Baumann, Halimi, Baumgart und Skenderovic recht gleichwertig ersetzt. Außerdem hat man einige junge Talente dazu geholt. Ich denke mit Platz 12 wäre man in Halle nach den Abstiegskämpfen in den Vorjahren definitiv zufrieden. Ja, wäre man gewesen, denn man ist leider abgestiegen, habe ich ein bisschen falsch eingeschätzt. Preußenmünster sehe ich auf Platz 11. Ah, jetzt kommt der nächste Aufsteiger, doppelte Aufsteiger tatsächlich sogar. Einmal aus der Regionalliga und jetzt in die zweite Liga aus der dritten heraus. Aber da sage ich ganz ehrlich, im Gegensatz zu Ulm finde ich das trotzdem eine gute Prognose. Weil jetzt mal ehrlich, wer hat denn vor der Saison gedacht, dass die überhaupt in die Top 10 kommen als Aufsteiger? Ich glaube nicht allzu viele, vielleicht ein paar wenige. Deshalb finde ich Platz 11 eigentlich ein guter Tipp, weil ich habe schon gesehen, die haben gute Transfers gemacht. Die haben ein gutes Gerüst, auf dem man aufbauen kann und da schon eine solide Saison spielen kann. Dass es am Ende Platz 2 wird, ist natürlich nochmal deutlich besser, aber ich habe es schon in Ansätzen so ein bisschen kommen sehen. Und somit haben wir dann auch den vierten der vier Aufsteiger abgehakt, denn im Vorjahr ist man ja noch punktgleich mit Essen am Aufstieg gescheitert. Letzte Saison hat man dann die Regionalliga West komplett dominiert mit Hildmann als langjährigem Trainer. Mit dem Karriereende von Langlitz, Wechsel von Tech Club zu Union Sachiloas und Remberg zu Kiel hat man wichtige Stützen nach oben verloren, aber selbst auch einige gute Transfers getätigt mit den erfahrenen Mrowca, Schad, Krodowski, Preisinger und Badmatz. Zudem hat man einige talentierte Spieler wie Scheng von Bayern, Stoewa von Schalke und Bazzoli vom VfB verpflichten können. Ja, also am Ende neun Plätze Unterschied, aber wie gesagt, bin ich nicht allzu enttäuscht darüber, weil es an sich eine gute Prognose war. Auch wenn es sich ein bisschen blöd anhört bei neun Plätzen Unterschied. Auf Platz 10 habe ich dann Viktoria Köln. Letztes Jahr hat man eine konstant gute Saison auf Platz 9 beendet mit Jansen als einen der Trainer, der schon länger im Amt ist in der Liga. Ich hätte ihnen eigentlich eine Weiterentwicklung vorausgesagt für die nächste Saison, allerdings ist der Kader schlechter geworden mit den schmerzhaften Karriereenden von Risse und Wunderlicht plus den Abgängen von Sondheimer, Sagiri und Meisner. Die Neuzugänge sind definitiv okay mit Mustafa, Russo und Henning, aber jetzt nichts, was mich vom Hocker reißt. Dennoch habe ich sie auf Platz 10, da sie einfach ein gutes Grundgerüst haben im Verein, was jetzt so die Mannschaft von den Spielern, aber auch den Trainer angeht. Ja, und das hat man auch gesehen, gerade zu Beginn, als andere Teams sich eher noch einspielen mussten. Da war Viktoria Köln deutlich besser. Am Ende ist man auch nochmal so ein bisschen weiter hinten reingerutscht. Wurde 13. Daher drei Plätze Unterschied, aber von der Richtung war das schon kein schlechter Typ. Auf Platz 9 kommt dann die erste Zweitvertretung, die in der dritten Liga vorhanden ist. Ich hoffe auf Freiburg, beziehungsweise Dortmund wäre auch nicht so schlecht, aber ich glaube es wird Dortmund kommen. Und zwar zunächst einmal der BVB Borussia Dortmund 2. Ja, okay, wenn wir uns jetzt mal nur darauf beziehen, dann sind es zwei Plätze Unterschied und eine echt gute Einschätzung, aber es wird halt später noch Freiburg 2 kommen und die wurden letzter, aber bleiben wir mal bei Dortmund. Die haben mit Dams einen erfahrenen Stammspieler abgegeben, ansonsten wurde der Kader gut ergänzt aus der eigenen Jugend, aber auch extern wie mit Hedva, Besson, Gabel oder Asyl. Letztes Jahr hat man eine schwache Hinrunde gespielt und eine gute Rückrunde, nachdem Zimmermann als Trainer übernommen hatte. Für die neue Saison sehe ich sie in der oberen Tabellenhälfte und Platz 9 wäre, denke ich, zufriedenstellend. Nicht ganz obere Tabellenhälfte, aber die Richtung hat auf jeden Fall gestimmt. Kommen wir zu Platz 8 und da kommt tatsächlich der erste Absteiger aus der zweiten Liga und das ist tatsächlich bei mir Jan Regensburg. Und zunächst mal Regensburg sind wir dann sogar wieder aufgestiegen über die Relegation, habe ich jetzt hier schon ein bisschen niedrig, überrascht mich ein bisschen, aber mal schauen, was ich gesagt habe. Ja, ich habe sie tatsächlich hinter Bielefeld, was ja bei den meisten Prognosen... Oh Gott, Bielefeld fehlt noch, die wurden 14 da. Die andere zur dritten Liga gemacht haben, nicht der Fall ist, aber lasst es mich erklären, denn sämtliche wichtige Spieler sind nach dem Abstieg weg und die Neuzugänge überzeugen mich halt auch nicht wirklich. Siegele und Bittroff helfen zwar defensiv, gut offensiv, aber weiter sehe ich den Kader nicht gut genug aufgestellt, um um den Aufstieg mitzuspielen, weil ich halt einfach die anderen Mannschaften qualitativ besser sehe, die eben jetzt noch folgen werden. Sie haben um den Aufstieg mitgespielt, vor allem zu Beginn der Saison richtig stark, am Ende sind sie dann nochmal richtig abgerutscht, aber halt nur auf Platz 3, haben viele Punkte liegen lassen, aber es hat dennoch gereicht für den Wiederaufstieg. Habe ich mich auf jeden Fall ein bisschen vertan mit der Prognose. Platz 7 habe ich den Vizemeister aus dem Vorjahr, der aber dennoch... Also Freiburg 2 nicht aufgestiegen ist, denn das ist die Zweitvertretung vom SC Freiburg. Wie im Vorjahr hat man einige wichtige Spieler verloren, wobei man damals halt trotzdem Zweiter wurde mit vielen Neuzugängen. Dieses Jahr ist es eigentlich genau das Gleiche, viele Abgänge, viele Neuzugänge und ich hatte auch eigentlich vor, sie ganz oben hinzutippen auf Platz 1 bis 3, auch da man überraschenderweise Trainerstamm halten konnte. Allerdings sehe ich das kritisch aufgrund der Transferpolitik der ersten Mannschaft, wo man fast keine Spieler verpflichtet hat und wohl auf den eigenen Nachwuchs setzen wird bei Ausfällen, was gerade bei der Dreifachbelastung nicht unwahrscheinlich ist. Das würde dann wiederum... Ja, das war auf jeden Fall ein Problem. ... auch der Zweitvertretung schaden und daher tippe ich sie nur auf Platz 7, trotz der überragenden Spielanlage. Nur auf Platz 7, schade, am Ende war es Platz 20. Ich habe mich ja auch schon ein bisschen dazu geäußert im Video zu Thomas Stamm, also als ich ihn vorgestellt habe als neuen Trainer für Dynamo Dresden. Daher gibt es ja nicht mehr allzu viel zu sagen. Die Kaderqualität wurde einfach drastisch verschlechtert, die Abgänge waren viel zu schmerzhaft und so konnte man halt einfach nicht mehr auf dem Niveau der dritten Liga mithalten. Auf Platz 6 habe ich dann 1860 München. Letzte Saison habe ich sie auch... Die haben auch noch gefehlt. Ich hoffe, die waren nicht allzu tief. Doch auf 15. Scheiße. Auf Platz 3 getippt. Das sah es auch lange gut aus, denn sie haben letzte Saison zunächst ganz vorne um den Aufstieg gespielt unter Kölner. Dann sind sie aber komplett eingebrochen, haben sich am Ende noch mehr oder weniger stabilisiert unter dem neuen Trainer Jakobacci. Ihn sehe ich als gut an, allerdings hat er auch einen gewaltigen Umbruch zu bewältigen zur neuen Saison hin, da neben den Stammspielern Lex, Lannert, Bojamba, Bär, Deichmann, Wörl und Moigala auch einige Kaderspieler den Verein verlassen haben. Dennoch, oder wahrscheinlich gerade deswegen, hat man sich sehr schlau verstärkt mit Spielern, die entweder in der zweiten Liga nicht zum Zug kamen oder mit Drittligaspielern, die letzte Saison extrem stark performt haben bei schwächeren Teams. Neu sind nämlich Ludewig, Quadwo, Schröder, Starke, Tanat, Zeynulahu, Frey, Guttau, Bonga und Suleimani. Ich traue ihnen zu, sich einzuspielen Richtung Ende der Saison, aber zunächst wird es halt schwierig, da der Qualitätsverlust größer wie der Gewinn ist und ohnehin immer mal wieder Unruhe aufkommt im Verein. Naja, also die Transfers haben nichts gebracht, das war wieder eine sehr unruhige Saison. Man war letztendlich nicht wirklich im Abstiegskampf drin, aber es war schon immer so ein bisschen die Gefahr und so wurde man am Ende auch 15. also deutlich unter den Erwartungen, zumindest meinerseits. Auf Platz 5 kommt dann der nächste Absteiger aus Liga 2 und zwar ist das Arminia Bielefeld. Ja, der nächste Quatsch-Call, die wurden 14 da, punktgleich mit 18,60. Dementsprechend hier ebenfalls 9 Plätze Unterschied. Tiefer angesiedelt, für mich sind sie halt eben auch eine große Wundertüte, denn tatsächlich haben sich alle Spieler außer Klos verlassen. Neutrainer Kniat hat sich bei Verl schon in der 3. Liga bewiesen. Er wird aber Zeit brauchen, die Mannschaft aufzubauen, die grundsätzlich aber die nötige Qualität hat durch die Transfers. Trotzdessen sollte man nicht unbedingt mit einem Aufstiegskampf rechnen nach dem doppelten Abstieg in den 2 Vorjahren. Gerade Winsheimer, Schreck, Schipnoski und Lannert werden ihnen sehr behilflich sein, aber man wird wohl auch viel auf die eigene Jugend setzen. Und ich sehe den Kader als gut an, deshalb auch auf Platz 5. Dennoch glaube ich nicht, dass es für den Aufstieg irgendwie reichen wird, aber es gibt für mich generell recht wenige Aufstiegskandidaten in der Liga. Aber jetzt ab Platz 4 kommen wir auf jeden Fall zu den Top-Kandidaten für den Aufstieg. Ja gut, ich argumentiere hier noch, warum sie nicht aufsteigen können. Letztendlich sind sie nahezu wieder abgestiegen. Auch wenn ich dabei bleibe, dass der Kader von der Qualität auf jeden Fall deutlich besser ist, wie das, was sie auf dem Platz gezeigt haben. Auf Platz 4 kommt bei mir der FC Ingolstadt nach Tor. Ingolstadt wurde 10. Am Ende dann mit Sabrina Wittmann, die erste Trainerin im deutschen Profifußball eingestellt. Ich hoffe, sie bleibt auch. Aber die Saison war halt davor wieder enttäuschend, dass es überhaupt dazu kam. Da habe ich deutlich mehr erwartet. Ich glaube, die Transfers waren auch echt gut. Aber mal schauen, was ich gesagt habe. Eine turbulente Vorsaison, bei der man nach der Hinrunde noch auf Platz 7 um den Aufstieg gekämpft hat, ist man komplett eingebrochen und war die schlechteste Rückrundenmannschaft mit nur 16 Punkten. Nun hat man einen Riesenumbruch zu bewältigen, was in dem Fall aber vielleicht auch was Positives sein könnte. Franke, Sapay, Muslio, Butler, Preisinger, Dumbuya, Linsmeier, Schmidt und Bech waren alle Stammspieler und sind nun weg. Mit dem vorhandenen Geld hat man sich aber mit Spielern verstärkt, die letztes Jahr noch gute Stammspieler auf Zweitliganiveau waren, wie Malone, Fröde, Guvara und Lorenz. Auch Deichmann hat ordentlich Drittliga-Erfahrung und Beleme und Kajo sind vielversprechende Talente, was jetzt die Neuzugänge betrifft. Die Verstärkung ist vor allem defensiv klar zu spüren, aber das war ja auch eine große Schwachstelle letzter Rückrunde. Kölner halte ich für einen grundsoliden Trainer für die 3. Liga, aber für den Aufstieg reicht es dann laut meiner Prognose nicht ganz, da man auch mit Bech einiges an Qualität Offensiv verloren hat und nicht wirklich ersetzen konnte. Ja, habe ich zu viel erwartet, wurde enttäuscht, machen wir weiter. In die Relegation muss laut meiner Prognose der 1. FC Saarbrücken, womit man glaube ich aber dennoch zufrieden wäre. Ja, wurden Fünfter, am Ende waren sie knapp dran, auch wenn es die ganze Saison über nicht mehr wirklich danach aussah. Man hatte zwar die Sensationen im DFB-Pokal, in der Liga lief es allerdings nicht, man war lange im Mittelfeld. Am Ende hat man sich noch deutlich verbessert, wurde Fünfter, aber so wirklich was mit dem Aufstieg hatte man nicht zu tun. Mal schauen, was nächste Saison geht. Denn letzte Saison ist man ganz knapp am Aufstieg gescheitert, nun hat man Batz, Knase und Grimaldi nach oben abgegeben. Dafür hat man sich aber mit Schreiber, Brünker, Schmidt, Sontheimer und drei Talenten von Bundesligisten sogar fast verbessert. Zudem finde ich auch, dass die Konkurrenz in der Qualität nachgelassen hat, beziehungsweise dass es nicht allzu viele Konkurrenten um den Aufstieg gibt. Und daher sehe ich sie erneut oben mit dabei und glaube, dass sie auf jeden Fall in der Top 5 vertreten sein werden und je nachdem wie es läuft auch um den Aufstieg mitspielen können. Ja, an sich eine solide Einschätzung, dann waren sie halt ein bisschen besser im Pokal, wie man erwartet hat, in der Liga dafür ein bisschen schwächer. Aber an sich war es auf jeden Fall die richtige Richtung. Nun kommen wir also zu Platz 2 und generell muss ich sagen, Platz 1 und 2 sind für mich meilenweit von der Konkurrenz entfernt. Die haben einfach qualitativ die viel besseren Kader. Aber lasst mich jetzt erstmal aufdecken, um wen es sich bei Platz 2 handelt. Es müsste sich um Dresden oder Sandhausen handeln, denen ich beiden attestiert habe, dass sie der Konkurrenz meilenweit entfernt sind. Und das hat sich auf jeden Fall als völlig falsch herausgestellt. Aber ja, hören wir mal weiter. Und zwar ist das Dynamo Dresden. Letzte Saison ist man... Okay, zuerst Dresden. ...katastrophal gestartet, sind aber zum Ende hin dennoch noch knapp am Aufstieg gescheitert mit Trainer Anfang. Mit Knipping und Arslan hat man mit die zwei wichtigsten Spieler der Vorsaison nicht mehr im Kader und auch Akkodo hat man abgegeben. Knipping wird... Gut, Arslan hatte man jetzt wieder im Kader, aber er konnte überhaupt nicht dran anknüpfen, kam er im Winter per Laie zurück und man ist wieder am Aufstieg gescheitert, wieder mit Anfang. Und für die nächste Saison kommt er dann, wie gerade schon gesagt, Thomas Stamm von Freiburg 2. ...mit Zimmerschied ersetzt und vor allem offensiv hat man gut nachgelegt mit Kretow, Graulich und Meisner. Der restliche Kader ist dann sich recht eingespielt und zum Ende hin hat man ja echt gut Punkte geholt in der letzten Saison und ich glaube, man kann es so weitermachen und wird dann definitiv aufsteigen. Definitiv aufsteigen, daraus wurde nichts, man bleibt erneut in der dritten Liga, auch wenn es am Ende wieder mal knapp war, ein Punkt hinter Relegationsplatz 3 und man muss ja auch einfach mal sagen, Dresden hat sich konstant wirklich immer viele Chancen rausgespielt, aber häufig viel zu viel liegen gelassen und dadurch war es am Ende dann vielleicht auch verdient, dass man erneut nicht aufgestiegen ist. Und Meister in der dritten Liga werden nicht wie letztes Jahr ein Aufsteiger, sondern laut meiner Prediction ein Absteiger und zwar der SV Sandhausen. Nach dem Abstieg wurde quasi der komplette Kader ausgetauscht. Ich zähle die Abgänge gar nicht erst auf, weil mehr Spieler gegangen wie geblieben sind, wie auch bei den anderen Absteigern. Geholt hat man allerdings unter anderem Stolze, Mühling, Otto, Hennings, Sander, Ben Baller und Knipping. Also teilweise echt Spieler, die viel zu gut für die dritte Liga sind. Die Frage ist, inwiefern Neutrainer Danny Gallm funktioniert, der halt noch jung ist. Ja, nicht wirklich. Und noch nie eine Profimannschaft trainiert hat. Aufgrund der Qualität, aber auch die Spieler haben nicht wirklich funktioniert, muss man an der Stelle auch sagen. Des Kaders und der guten Vorbereitung traue ich ihm zu, den SVS zurück in die zweite Liga zu führen und das als Meister in einem knappen Duell mit Dresden. Nee, absolut nicht. Also das war nochmal eine Fehler in Schätzung. Auch wenn ich dabei bleibe, dass die Spieler, die gekommen sind, deutlich zu gut für die dritte Liga sind. Aber man hat es überhaupt nicht auf den Platz gebracht. Und so waren es dann eben die Aufsteiger aus Ulm und Münster, die ja auch meiner Ansicht nach die zwei besten Aufsteiger waren, der vier Aufsteiger, die es überhaupt gab, die Sandhausen und Dresden den Rang abgelaufen haben, die meiner Ansicht nach der Liga ja komplett enteilt wären. Am Ende komme ich bei 118 Punkten raus, was die Tabellenplatzdifferenz in Summe angeht. Also das ist natürlich schon eine Hausnummer und extrem viel. Mal schauen, was ich letztes Jahr hatte. Ich glaube, es war auf jeden Fall besser. Ja, Tatsache, das war auf jeden Fall ein schlechtes Jahr, was die dritte Liga angeht. Auch wenn man auf jeden Fall sagen muss, dass das die Liga ist, die am schwierigsten einzuschätzen ist. Auch von den anderen Teams mit 20 Ligen, die wir hier haben, also die internationalen Top-Ligen. Aber da war ich schon wieder sehr schwach unterwegs. Im Vorjahr 94 Punkte, jetzt 118. Aber ehrlich gesagt würde ich sagen, wenn man das mit anderen vergleicht, wenn die das auch so tabellarisch aufgeführt hätten, dass die 118 vielleicht sogar im Schnitt besser wären wie die 94 im Vorjahr. Denn eigentlich hatte ich viele gute Calls und da waren einfach so überraschende Ereignisse dabei, dass die Summe wahrscheinlich bei anderen, die auch ein Tippspiel gemacht haben, wahrscheinlich deutlich höher wäre. Bei mir ist sie das auch, einfach weil es so viele Überraschungen gab. Es gab Ulm, es gab Münster, es gab Duisburg und Mannheim ins Negative, die ich aber tatsächlich relativ gut eingeschätzt habe, aber halt auch andere relativ schlecht. Und an sich trifft das auch auf meine komplette Prognose zu. Auf Freiburg 2 habe ich katastrophal eingeschätzt, da war die Differenz am größten. Ich hatte auch keine Punktlandung, also kein Team auf dem korrekten Tabellenplatz, auf dem es auch in Realität am Ende platziert war. Also ja, am Ende sieht es schlecht aus. Ich hatte viele schlechte Calls, aber es waren auch einige gute Calls dabei. Daher bin ich jetzt nicht allzu enttäuscht, aber natürlich auch nicht unbedingt zufrieden. Aber gut, so ist die dritte Liga einfach. Die kann man schlecht einschätzen, vor allem die Aufsteiger und auch die Absteiger. Da weiß man nie, was man bekommt. Daher alles in Ordnung. Ich bin auch, wie gesagt, nicht der größte Experte für die dritte Liga. Schreibt mir auf jeden Fall mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Hattet ihr auch gewisse Erwartungen vor der Saison, die eingetroffen sind oder überhaupt nicht? Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!